So, willkommen zurück zu Let's Play Together FIFA 16 mit The King. Servus Leute und wir machen jetzt einen zweiten Part und diesmal nehmen wir zwei deutsche Mannschaften. Ich nehme Bayern und er nimmt Dortmund. Genau, ich nehme es einfach mal, ich habe nichts dazu gesagt, dass ich das nehmen will, aber... Aber wir hätten in die andere Richtung auch können, wir werden schneller gewinnen. Also ich bin schon dort. Okay, du nimmst Dortmund, ist auch ganz weit vorne, relativ weit. Dort, dort, dort. Und ich nehme Bayern. Ich will Bayern, Mann. Und jetzt gehen wir vorher nach auf die und dann müssen wir noch in die Einstellungen um die Minuten ein bisschen... Ja, mach du einfach, du kannst dir besser aus in dem Game, also was soll's. Ah, nehmen wir jetzt mal... Okay, da zum Beispiel kenne ich keine Sau. Kenne ich echt keinen. Du kennst jetzt mal Alaba, Österreicher. Ich meine, bei mir. Bei dir kenne ich so auch keinen, was ich jetzt gerade hier sehe, kenne ich keinen. Aber könnte es sein, warte mal. Du kennst sicher Alaba. Wo ist er an? Okay, ich denke ja nicht, das war's. Ja, das war's. Bei mir kenne ich... Keine. Geil. Okay. Du kennst gar keinen. Na? Aber Mejan, der dich drin lassen ist, der Schnellste. Also dieser, 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 wie heißt er? Dieser Castro erinnert mich irgendwie an Johnny Gargano. Das war's auch schon. Als ob du keinen kennst. Nee. Du kennst nicht mal Neuer? Der war bei Fakio Goethe. Alaba war bei Fakio Goethe. Ja, er war's. Und der auch. Es waren drei Bayernspieler. Wo war Neuer bei Fakio Goethe? Es waren drei Bayernspieler. Beim dritten Teil waren drei Bayernspieler. Lol. Okay. Alaba, Kimmich und was ich weiß, war noch Dings dabei. Er. Nein, ich meine Neuer. Okay. Das will, das juckt die Leute nicht. Mach hin. Ja, ich nehme jetzt Götze für Diago. Das Ding hat eigentlich mal angefangen und man macht schon Auswärtigspieler. Die Logik. Costa tue ich raus, weil er leider mir zu, sagen wir mal langsam, nein er ist nicht langsam, aber ich will Robben, weil Robben macht einfach geilere Stimme. Weil Robben ist geil oder das? Aha, okay. Und jetzt gehen wir auf Spieleinstellungen. Dann wird das Ding auch länger. Wow, eine Minute länger. Signal in Thunapark. Was willst du? Natürlich. Mit ihm natürlich. Ja. Allianz Arena, natürlich die Bayern Arena. Der Hund ist in seinem Element drin, dass es nicht höher geht. Das ist echt schlimm. Und diesmal strengen wir uns wieder an, wie beim ersten Mal. So. Was ist das mit Marco Reus? Das war so klar. Warte, warte, warte. Dort gehe ich rein. Ja. BAM. Easy. So. Darf ich? Zack. Easy. Und jetzt. Du. Let's go. Let's go. Wer hat Anstoß? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Natürlich. Und jetzt geht's los. Oh Gott, der Sound ist laut. Ist der Sound leiser? Ja, ich habe den Sound lauter. So, leiser und jetzt go. Und jetzt glaube ich, jetzt erst glaube ich jetzt nicht bis zur Verlängerung damit beim ersten Mal. Jetzt stehe ich mir nicht die an. Jetzt habe ich vielleicht nicht so viel, glaube ich stehe mich mehr an. Scheiße, ich wollte gerade an. Ich muss mich verpissen aus dem Scheiß Tor, Alter. Ich wollte gerade einen Schuss machen. Diesmal mit Bayern. Bayern ist einfach meine Lieblingsmannschaft. Das war geplant. Das war so mitgeplant. Bayern ist einfach mal. Ich bin ein Bayern-Fan. Ja, ich auch. Ich muss auch nicht wissen. Ich auch. Also nicht wegen Fußball, sondern wegen einem anderen Let's Player. Und ich bin Fußball-Bayern-Fan. Und ja, ich kenne Bayern einfach ganz gut. Und ich hoffe, ich werde... Also wasch echter Bayer. Und ich hoffe, ich werde... Was willst du denn? ... ihn heute erschlagen und in normalen Spielzeiten. Deckst du. Oh mein Gott, was... Hey, was macht er da? Oh mein Gott. Hä? Ja, nix, hä. Hä, wieso war das für dich ein Fall? Oder was abseits? Ich glaube, es war abseits, weil es war nirgends ein Fall. Was machst du? Bisschen laut dran. Weil ich höre fast nix. Dass du Glück gehabt, dass ich den nicht im Ball... Ich weiß, deswegen war ich auf meiner Seite. Ja, ich hätte aber im Ball trotzdem weg müssen. Geht davon gar nicht hier. Das sagst du immer. Ich weiß. Du stinkst. Danke. Du auch. Ja, so ist ein Echt drauf. Wenn ich wüsste, wie der Typ ein Echt drauf ist, da denkt er immer, was ist mit dir kaputt. Danke, dass du mich schlecht machst bei deinen Fans. Bitte, bitte, kein Problem. Ja, und... Ha! Das war überhaupt nicht... Das hat sich überhaupt nichts gebracht. Das war dann, ha! Das war geplant. Ne, ja, busy. Für mich war es geplant. War es nicht. Doch, weil ich jetzt nämlich mit ihm gehe. Scheiße. Scheiße. Was... Der hat bedeutet... Nein, ich wollte eigentlich... Ja, das war ich. Ich wollte eigentlich zum Torwart. Dass der irgendwie ausschießt. Habi, mach! Schieß! Weg! Die! Scheiße! Oh mein Gott. Ja. Nein. Nein, nein! Ab... Äh, 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 äh. Dein Ernst? Ja! Das war das studiert. und jetzt kopfball und es dreimal so groß wie schnell aber mehr nicht schnell ist schneller ist mein schatten dass man weiß sein wo es lahm philipp lahm also mein spieler ich muss halt auch wirklich auf den abonnieren aufpassen ist richtig schnell nein 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 was zum fucking kalt ja ich weiß nicht dass er die einmal ein tor fasst habe und dann doch nicht wird es so hast du hast nicht fast im tor aber ich hatte fast das war nicht meine richtige warum geht keine starz über die chance nein nein ja 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 oh mein gott wie peinlich nummer eins ich weiß genau warum ich habe es beim letzten behauptet gestalten ist gesagt ich weiß genau warum ich kein fifa das blöd ich weiß es genau aber das ist aber auch scheiße war mir in dem tag kopf oh mein gott was macht er diese chance musste ich nutzen ich hätte natürlich auch drei meter überschießen aber weißt du was ab jetzt unterhalts du die leute ich konzentriere mich konzentrieren ja das nicht doch ein zweites doch ja ich glaube du kriegst noch ein zweites doch das ist noch nicht alles gewesen du kannst auch zurückkommen aber ich werde jetzt nicht absichtlich da jetzt ein bisschen schlechter spielen ich hatte mich hundertprozentig anstrengen ein spieler betreffend um ein guter die bürze du schiebendel ich bin echt geimpft ist gerade ich mache dich in den eigenen das ist das problem lassen Nein! Warum hast du gepasst? Hey, ich wollte ja nicht zu dem einen Spieler. Nein! Neuer! Fuck! Okay, und der jetzt? Elfmeter! Nein! Ich weiß nicht warum! Es war glaube ich Hand oder es war faul. Es war glaube ich Hand. Nein! Ich hasse dich. Ich schwöre bei Gott, ich hasse dich. Ich habe im letzten Moment auch rüber getan. Elfmeter. Das ist nicht ernsthaft jetzt. Ich kriege kein Tor in den verkackten Let's Play. Ich kriege es nicht hin. Doch, der definiert der Tor. Oh nein! Oh mein Gott. Ey, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Oh mein Gott. Du musst einfach taktisch spielen, so wie ich. Ich habe keine Taktik. Schieß doch rein! Fuck. Und? Oh ja, genau am Popo der Welt. Nein. Scheiße, der Torwart ist rausgekommen. Hä? Schieße aus! Guter Plan! Mach ihn der regulären Spitze da. Da bittet's null Tor. Scheiße. Scheiße. Schieße. Scheiße. 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 Ja, der Lauf halt komplett drüber. Javi, es sind drei Leute hier und keiner schafft es denn zum Abnehmen. Das ist doch nicht wahr. Robentaktik, wie alle sagen würden, ist diese. Ja, nein! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, Leute? Diese Robentaktik. Erste halbt sie, die Spanke. Ich flippe nicht. Ich werde mich jetzt noch mal anstrengen. Hör auf, ey. Er steht 1-0, du musst ja nur ein Tor auffallen, das ist 2-0. Es hätte schon längst für dich mehr stehen müssen, wenn du den Elfmeter reingemacht hättest. Ey, er steht immer dort, wo ich passe, das ist so lächerlich. Müller, was macht der hier vorn? Okay. Ey, das ist doch nicht wahr. Mein Spiel ist einfach gekommen. Oh mein Gott. Schon wieder! Scheiße. Ernsthaft jetzt? Natürlich. Komm, mach ein Eigentor gleich, das wäre der Hammer, oder ne? Du hättest wieder, du spielst einfach so riskant. Ich weiß! Aber du hast den Elfmeter rausbekommen, schon immerhin. Danke. Oh mein Gott, ich darf mich nicht verlieren. Ich blämie eh schon genug auf meinem Kanal, also von mir ist das egal. Wenn du bei Wrestling auch verlieren würdest. Bei Wrestling verliere ich dich, weil dann löscht ich meinen Kanal, ich schwörs. Habt sie gehört, Leute? Also schreibt in die Kommentare, wenn er bei Wrestling verliert, ob er seinen Kanal löschen soll. Nicht löschen soll, ich werde ihn dann löschen, wenn ich verliere. Okay. Ich werde mich aufhängen, wenn ich verliere. Nein, das ist doch nicht wahr. Ich schwör, bei Wrestling bin ich echt Katastrophe dann, also wenn das passiert, boah, dann, ey. Dann mach ich echt irgendwas. Nein, nein, nein. Lauf! Ich wollte dich mal schießen, hör auf zum Schie... Das ist jetzt schon wieder! Oh mein Gott, Paulfit. Das Blick hab ich mal gepeilt, was jetzt da passiert ist. Oh mein Gott. Hammer. Jetzt schnelle Spieler. Ja genau, wenn das kein Absatz ist, weiß ich auch nicht. Nein! Das stimmt das! Ey, habt ihr das gesehen? Boah, alter, ich verarschen mich jetzt eigentlich. Verarschen, irgendwann... Okay, ist er... Berührte. Braver Dude, braver Dude. Müsst du dich auswerfen? Weiß ich nicht, was ich will. Was machst du? Das. Okay. Wie viel Zeit da wir haben? Okay, geht. Du weißt schon, die Zeit vergeht schnell, die 5 Minuten. Hau einfach ab! Zeit vergeht beim FIFA-Spiel schnell. Nein, das ist nicht wahr. Oh mein Gott, er wird schon wieder zerstört mit der nächsten Mannschaft. Das ist halt echt so. Ey, ich dich feit hier bis zum Gendee mehr, ey. Oh mein Gott, nein, er lau... Du, 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 lauf ein bisschen schneller. Oh mein Gott. Äh, was war das jetzt? Wofür war der Foul jetzt, du Span? Hä? Hä? Hä, was war das für ein Foul? Hä, dein Spiel ist irgendwie da simuliert. Wie, 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 wenn ich nur einmal reingritsche, der fliegt 10 Meter hoch. Es wäre zu schön gewesen, was? Es wäre zu schön gewesen. Ich möchte doch eine Chance geben noch, nein. Du gibst mir keine Chance, weil dann... Kommt doch peinlich. Aber es ist sowieso schon peinlich, also von daher... Für mich kommt es dann peinlich, nicht für dich. Für mich? Wieso, wenn ich... Weil ich ja nur ein Tor bekomme, wenn du mir ein Tor machen lassen. Nein! Was? 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 Was ist das? Ey, Leute! Ich habe ihm keine Chance gegeben. Ich wollte klätschen. Und ich dachte, der geht auf jeden Fall... Hä? Wie jetzt? Lava kein. Was war... Wie eng, das ist doch ein Glitch. Alter! Und Robert hat ihn noch berührt, aber da konnte er nichts machen. Holy, wie eng. Ich habe noch nie so ein enges Tor gemacht, noch nie im Leben. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt bin ich heiß. Jetzt bin ich heiß. Du bist doch ein Tor. Hä? Geht doch vor gar nicht mit deinem Scheiß... Faul. Ich habe schon einen Plan. Also habe ich mir das gefallen lassen, Leute. Nein, nein. Weg! Du kannst mega festhalten, du Spastiker, aber egal. Du hattest Glück. Mehr hattest du nicht. Oh mein Gott, du hattest du Glück, dass du jetzt aufhören konntest. Du hättest den Affeniter schon reinmachen können. Schnauze. Hatte ich nicht, habe ich nicht, kann ich nicht. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Leute, ein zweites Torcree wird er nicht gegen mich machen. Warum nicht? Das ist peinlich, wenn ich verliere gegen einen Nu. Danke. Fuck you. Du bist ja nicht so schlecht, aber... Doch, jetzt schon. Ist das abflichtig schlechter? Oh mein Gott, wird das jetzt wieder so ein 20 Minuten jetzt play? Außer... Ja, er schwimmt. Nein. Oh mein Gott. Danke. Er hat in letzter Minute, hat er gerettet, den Ball. Ja, lauf 10.000 mal in mich rein, danke. Du bist mir reingelaufen. Geht doch vor gar nicht hier. Götze. Ja. Ich hätte zugelassen, wenn das ein Eindruck... Ich auch. Ich hätte gerettet. Oh Gott, komm. Ups. Foul. Warum nicht Vorteil? Das wäre Vorteil perfekt. Oh mein Gott. Ja. Ja. Eine Lot hätte sein müssen, wir sonst mal da durchlaufen müssen. Hinten ist das Tor? Ach du Scheiße, das ist voll Assi. Müsst du nicht direkt schießen? Weiß ich nicht. Nein, das ist das... Wer bin ich, links oder rechts? Da unten. Warte mal. Mach einfach mal so. Oh mein Gott, was machst du? Hä? Ernsthaft? Keine So ist da? Nein. Ey, wenn das jetzt kein Tor wird... Hä? Aber gut, so ist das Scheiß-Fußball-Leben. Und ja, ich und The King sagen Adios oder Ciao. Ciao. Ciao.